Das ist ein unfassbarer Moment, finde ich. Diese Brücke ist 15 Jahre her die Idee. Vor zweieinhalb Jahren stand so ein bisschen fest, wie sie gebaut werden soll. Und jetzt wurde sie, glaube ich, monatelang gebaut und es hat für mich Stunden gedauert, bis sie eingehoben war. Auch wenn es nur ein paar Minuten waren. Das fühlte sich für Stunden an. Das ist einfach die Zukunft des Wunderlandes. Für viele ist es eine Brücke, aber für uns ist es die Zukunft. Wir haben jetzt 3000 Quadratmeter da drüben. Wir können Südamerika so groß bauen, wie wir wollen, während es da drüben nur noch eng war. Diese Brücke ist für mich wirklich ein Trauma.